Liebe Zuschauer, wir unterbrechen unsere aktuellen Präsentationssendungen für ein kleines Lieferdatums-Update. Denn Sie wissen, dass nicht unbedingt immer alle unsere Top-Artikel innerhalb der nächsten paar Tage verfügbar sind. Lieferknappheiten und so weiter, Lieferengpässe machen natürlich auch uns zu schaffen, wie so momentan leider jeder anderen Branche natürlich auch. Und ich möchte ganz gerne an dieser Stelle eine gute Nachricht gleich zu Beginn verkünden, denn wir haben eine wunderschöne Herrenfunk-Armbandohr, die lange Zeit ausverkauft war. Und die ist jetzt endlich wieder lieferbar. Monika hat sie jetzt hier mal in der Hand, ich habe sie mir auch schon umgelegt. Ein fantastisches Modell. Logischerweise Edelstahl das Ganze gemacht mit einem wunderschönen flexiblen Armband, mattpolierte und hochglanzpolierte Elemente gleich nebeneinander. Schönes anthrazitfarbenes Ziffernblatt mit dabei, ausgesprochen robust und einfach nur kernig männlich. So was möchte man am Arm tragen, wenn man eine Jeans und ein Poloshirt in seiner Freizeit trägt. So was macht sich aber auch mal richtig gut getragen zu einem Anzug, zu einem besonderen Anlass oder auch mal tagsüber im Büro. So ein Alleskönner, muss man ganz klar sagen. Knapp 170 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Sie bekommen die aktuell von uns für 66,49 Euro. Nochmal die gute Nachricht, sie ist lieferbar nach langer Zeit der Abstinenz. Ich möchte Sie bitten, da auch mal über Ostern nachzudenken, denn so etwas kann man hervorragend verschenken. NC 73, 76 und die 569. Ich habe mir mein Modell natürlich auch schon gesichert. Und dann schauen wir natürlich auch mal neben uns jetzt hier und das ist logischerweise, wie viele von Ihnen sicherlich wissen, unser tragbarer Benzin-Inverter-Generator. Und damit generieren Sie oder produzieren Sie Ihren eigenen Strom und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Über Tage, Wochen, Monate sind Sie damit völlig unabhängig unterwegs. Hier oben ganz einfach Sprit rein, kurz dran ziehen, ist ein Viertaktmotor und schon generieren Sie mit diesem Kerlchen Ihren eigenen Strom und können elektronische Geräte bis zu 2000 Watt dran anschließen. Also egal, was passiert, ob der schnelle Stromausfall oder ein tagelanger Strommangel, wenn nichts mehr aus der Steckdose bei Ihnen zu Hause kommt, sind Sie damit jederzeit mobil oder eben auch zu Hause mit Strom versorgt. Und ich behaupte, das ist ein unglaublich gutes Gefühl von Sicherheit. Kommt in wenigen Tagen, genauer gesagt Mitte nächster Woche am 24.03. erwarten wir die nächste Lieferung. Sie können gerne jetzt schon bestellen mit der ZX8101 und die 569. Sie wissen, so etwas ist immer sehr stark nachgefragt. Nachgefragt ist auch logischerweise das, was man unter erneuerbaren Energien versteht, nicht nur auf Bundesebene, sondern natürlich auch aktuell bei uns im Kundenkreis. Und da möchten viele ganz einfach entweder mal eine 12-Volt-Batterie, zum Beispiel mal für die schnelle Stromversorgung von Handys oder vielleicht auch mal von elektronischen Geräten, zum Beispiel im Schrebergarten haben, aber eben auch mal zum Aufladen von Laptops und dergleichen. Windenergie ist ein riesengroßes Thema, weil sie ganz einfach schnell und einfach zu generieren ist und vor allen Dingen noch nicht wirklich besteuert wird. Dafür brauchen Sie das passende Gerät und das steht hier aktuell bei uns, unser Windgenerator für 12-Volt-Systeme. Und der ist wieder lieferbar Mitte April, also von heute an gesehen in ungefähr vier Wochen. Die Geduld sollten Sie noch haben, ist perfekt für zu Hause oder auch mal für den Schrebergarten. Können Sie aber auch gerne jetzt schon vorbestellen, bevor andere wieder schneller sind. Greifen Sie da bitte zu für gut 320 Euro mit der NC 5698 und der 569. Und last but not least möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen, dass ein Mann mit einem Putzlappen und einem Reiniger wahrscheinlich wenig anfangen kann, aber drücken Sie einem Mann einen Hochdruckreiniger in die Hand und der wird das komplette Grundstück und wahrscheinlich auch noch das des Nachbarn sauber und ordentlich hinterlassen können. Ein normaler Hochdruckreiniger ist schwierig, Sie brauchen einen Stromanschluss und einen Wasseranschluss, das brauchen Sie mit diesem Hochdruckreiniger nicht mehr, denn der funktioniert mittels eines Akkus ganz einfach überall dort, wo Sie ihn einsetzen möchten, unabhängig von einer Steckdose. Und Sie brauchen noch nicht mal mehr einen Wasseranschluss, denn diesen Schwimmer können Sie ganz einfach in einen Wassereimer oder in Ihre Regentonne hineinpacken und können das Wasser also überall dort abzapfen, wo Sie es gerade herholen möchten. Macht es natürlich auch ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel jetzt zum Frühjahr mal aufs Dach wollen. Das kann man mit einem richtig schweren Hochdruckreiniger mit 30, 35 Kilo nicht. Mit dem hier sind Sie auch mal schnell die Leiter rauf und runter. Sie werden viele Bereiche Ihrer Wohnung, Ihres Hauses, Ihres Grundstücks finden, die man hier ganz einfach mal mit bis zu 25 Bar Druck hervorragend wieder von der Patina des Winters befreien kann. Da haben Sie bitte noch etwas Geduld. Ein sehr beliebter Artikel lief aber wieder ab 10. Mai, also noch ein paar Tage länger als alle anderen Artikel. ZX 7037 und die 569. Haben Sie ganz viel Spaß damit.